Ja, ich fühle mich gut. Ich bin ein bisschen nervös. Es ist das erste Mal dieses Jahr. Ich bin ein bisschen nervös. 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 In der Box ist es kalt. Der Motor des 914-6 läuft etwas unrund und er startet manchmal nur widerwillig. Es wird Zeit für die erste Fahrt. Max und Kerstin werden ein paar kurze Runden über die Rennstrecke fahren, um ein paar Informationen zur Fahrzeugabstimmung zu sammeln. Ich bin ein bisschen nervös. Da der Motor noch nicht warm ist, beginnt Max zunächst mit mittleren Drehen. Die Reifen sind noch nicht warm gefahren. Das jedoch ist wichtig für einen guten Grip, vor allen Dingen in Kurven. Das originale 6er Chassis dieses Rennwagens wurde auf einen Porsche 914 6 GT umgebaut. Ausgestattet mit einer Doppelzündung erreicht er gute 220 PS bei 8200 Umdrehungen pro Minute. Im Rennen verbraucht der Wagen damit zwischen 40 und 55 Litern Sprit pro Stunde. Für eine gute Beschleunigung sorgt zudem ein Sperrdifferential. Insgesamt hat der Porsche damit ein Gewicht von etwa 900 kg. Motor und Reifen sind jetzt warm. Aber ein Fahrzeug vor Max und Kerstin verhindert noch die freie Fahrt. Dat muss gehen. Wenn die�igte Birte röder sind, меняípfer ein bisschen mehr so starten. Dann gehen Sie nach rechts. Jetzt gehen Sie auf dich etwas Serien- undX-X-L Louisiana. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die anderen Teams testen unterdessen auch ihre Fahrzeuge. Lutz macht sich bereit für seine ersten Runden in diesem Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da der Motor nicht startet, wird der 914 erstmal nach draußen geschoben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2020 Der Trackday am Nürburgring ist vorbei. Als nächste Station wartet der Hockenheim. Die Zeit sind hart im Westen, da haben wir keine Anze mehr. Irgendwo hat das Geld nicht gereicht. Ich habe echt Spaß. Der Trackday am Nürburgring ist vorbei. 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 Der Trackday am Nürburgring sind vorbei. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020